Hallo, hier ist wieder Milzbrand XY. Einfach Milzi, heute gestrandet. Auf Englisch auch was mir gestrandet hat. Dann geht's los. Es hat sich bisschen was geändert. Ich musste das Spiel immer neu anfangen. Mein Boot war komplett weg. Ist irgendwo hingeflogen. Ich hatte vorher schon zwei neue Teile aufgenommen. Ich habe mich entschlossen nochmal neu anzufangen. Bis zu der Stelle hier. Ist fast alles gleich. Auf dem Boot waren wir auch schon gewesen. Nur statt die Lampen, die Standlampen, gab es die Taschenlampen drinnen. Und das gleich 1, 2, 3, 4, 5 mal und nur ein Hammer. Nur ein Hammer. Naja. Ein bisschen was hat sich hier noch geändert. Aber sonst ist alles gleich geblieben. Und wir brauchen erstmal Wasser. Wasser ist Mangelware. Naja. Das brauchen wir. Und ein Strick. Also was auch weniger war, ist hier die Essenreserven. Hat man letztes Mal mehr gehabt. Jetzt haben wir nur noch drei. Die werden wir jetzt mal eine nehmen. mal eins essen. Wie sieht's aus? Ah, sieht gut aus. So. Wir wollten erstmal Wasser machen. Dann brauchen wir mal das da. Und jetzt brauchen wir, für Wasser machen, das hier. Okay. 3, 1, 1, 1. Und jetzt hier mal, nein mal, das. Hä? Braafft man Steine dazu? Doch. 3 Stück? 3. Nee. Das braucht man gar keine. palm und strick was strick also leder dinge haben auch mehr bekommen vorher hat man nur zwei gehabt jetzt haben ein zwei drei vier fünf mal leder so eine sechsmal leder sogar sechsmal leder hat man gehabt haben wir jetzt vorher hat man nur zweimal also in der anzicht hat sich etwas verbessert darauf laschen ihre dinge haben auch einmal mehr aber wie gesagt die standlampen fehlen egal jetzt haben erstmal was im trinken gebaut das wollen wir erst mal was im essen nehmen das brauchen wir ein stein steine sind mangelware am anfang habe ich gemerkt ich hatte nämlich mein boot am wasser gehabt und das irgendwie weggeschwommen und ich habe es nie wieder gefunden und irgendwo zu hinschwimmen lohnt sich nie da wirst du aufgefressen oh ja mal noch was ich habe mich noch so gehabt das boot und das ist wirklich schon wenn man das spiel spielt sieht das mal lieber dass jetzt mal lieber offen offen sein ohne boot kommt man am anfang nie weit und ich wollte mit euch letztes mal auf der insel schwimmen deswegen habe ich das gemerkt dass ne also unser boot weg ist und habe kurz entschlossen noch mal neu eingefangen weil ich das boot nach fünf minuten zehn minuten suchen die gefunden habe so was wollte man überhaupt acht fische fangen fische fangen fische oder krebs ne nehmen möchte ich nicht ein name okay okay das reicht denke ich mir mal so ding weg legen noch mal das ding weg legen warum unser messer weglegen seine brauche auch nicht doch wir brauchen ich will da so ein ding drumrum machen okay ne den feinen bogen brauchen wir noch nie so was ach dreimal stöckchen dreimal stöckchen brauchen wir ja ein stöckchen hapert es nicht auf der insel zweimal da haben wir noch mal auf dem boden werfen wenn ich mir höre okay jetzt wird es ein bisschen eklisch leider lecker ne ja nicht ok ich habe es im osterbohrn wenn wir heute einen salat machen oder keine ahnung ok wir haben viermal fleisch normalerweise normalerweise ok so ok 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 doch mal gleich oben drauf ah sieht gut aus zack jetzt anzünden da kommt das was ich nicht mag erinnert mich an damals an c64 spiele wo man die winter games machen mussten oder rennen hier falls das jemand noch weiß wo man jetzt im teuchten hin und her krabbeln musste jetzt muss man das recht links maustaste machen ah ah ich reiße das ich mach das jetzt mit zwei händen na warum gleismäßig schnell mal ah jay das ist ja kompliziert so wenn es pink macht haben wir was zum essen was macht unser trinken oh guckt mal das sieht schon mal gut aus halt drei stück noch mal rein ja weiss nicht wir gehen wir gut in den schatten ach gucke unser schatten ist wir müssen dann mal ein häuschen bauen oder so kleine hütte oder so wegen unseren Schatten Ja, eigentlich hat das ja Pink gemacht, ne? Ja, mach'n Pink. Das sieht aber noch nicht so aus wie Pink. Nee, steht da noch nicht dran. Ah, da ist fertig. Nee, da war noch nicht fertig. Okay, wir gehen noch mal in den Schatten. Weil unten bei der SPF-Anzeige steht jetzt dran. Wegen der Wärme und so. Okay, wir können noch ein bisschen was bauen, kann man ja schon. Einige, wo ich noch nie war, äh, ich war ja schon da, ist im Schiff gewesen, ganz hinten drinnen, war ich schon mal kurz mit drinnen gewesen. Und dann schwimmen rechts und links zwei Haie rum. Das machen wir auch, wenn man mal so. Kann man noch was ernten? Ich glaube, es ist so frisch. Ich glaube, ich hab' ich mindestens ein Messer mit. Kann man auch was neu passieren. Äh, sieht nicht so aus. Schade. Ah, doch, hier ist er. Hier wächst wieder was. So. Haben wir das? Schade, dass die Steine nicht nachwachsen. Oh, das wär' auch witzig. Unrealistisch. Guck mal, ihr könnt sogar hier rein. Hammer Schatten, oder? Naja, wie man's nimmt. Achso. Ah, das ist Hammer. Was haben wir? Hammer. Feuer machen wir aus. Guck. Guck jetzt. Es ist gekocht. Lecker. Lecker. So. Wir wollen, oder ich will, auf ne Insel. Wir fangen da drüben an, da, wo das Boot ist. Was nehmen wir mit, ihr am besten? Das Messer lassen wir hier, und wir nehmen Hackebeil mit. Oder? Ja, das. Und das. Ja, okay. Oh, komm mit. Ah. Okay. we are hanging up ok wir sind näher und erst mal gekommen man die richtung muss man da ist ein haus denkt bestimmt auch wir sind lecker hat aber recht ich hätte lieber ich werde da noch auf verbrennen und dann ist weg ja was soll ich jetzt machen ich hätte vielleicht abends los schwimmen sollen oder so naja auch schatten ich habe ganz schöner wellengang was ist da was ist das ein mast schätze ich mal oder oder ein grafikfehler geht er hoch und runter ich war ganz schön rot das ist aber nicht gut ich habe vergessen mein handy auszumachen naja sieht aus wie ein mast das ist ein mast oder wie ich da schon hin sieht sehr ungesund aus für mich ist sehr dunkelbogen aber ich denke mal die insel werden wir dann in der nächsten folge erkunden ich werde jetzt erst mal einen schluss machen und sage bis zum nächsten mal wenn wir die insel erkunden und riesengrappen ok das war es erst mal bis später wir fangen